Hallo, meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen hier zum drittletzten Video im Jahr. Heute sind die Videospiele dran und da gab es dieses Jahr echt geile Highlights. Ich habe ja schon ein Video gemacht, was nächstes Jahr ja kommt. Und man weiß aber nie natürlich, welche Spiele noch kommen, weil wenn man sich einfach mal anschaut, was dieses Jahr kam, sind echt geile Spiele. Ich werde so ein bisschen auch monatschronologisch vom Monat her gehen. So, ich musste gerade die Worte finden. Mensch, was ist denn los mit mir? Also, fangen wir mit dem Januar an. Ich werde jetzt auch nicht alle Spiele nennen, aber da ist halt das Highlight von allen Spielen, die hier stehen, Resident Evil 7 Biohazard. Also, die Resident Evil Reihe wurde halt fortgesetzt und ich muss sagen, geiles Spiel mit echt Plottwisten drin, wie ich finde. So zwei große so gesehen und insgesamt so vom Spielen her ist es echt cool. Spiel ist auf jeden Fall für mich erstmal das Spiel des Monats. Im Februar erstmal eben so durchgehen. Ja, okay, also ich sag mal, hier kann man sogar, lass mich eben gucken. Eins, zwei, drei, vier Spiele nennen. Fünf. Oh, oh, fünf. Okay, ich fang mal eben an. Also, YouTubers Live ist halt eben dieser Wirtschaftssimulator oder eben Wirtschaft? Steht jetzt auf Wirtschaft? Also eben so ein Simulator, wo man halt ein Spiel hat, dass man da eben einen YouTube-Kanal hat. Ich sag mal, ist es schon cool, aber es selbst so zu machen oder sich da zu beschäftigen, ist halt doch natürlich was anderes. Außerdem gab es in dem Monat WiiWiE2K17, Wrestling halt eben. Außerdem kam For Honor raus. Das ist eigentlich sogar für mich das Spiel des Monats. Noch vor Sniper Elite 4 und Halo Wars 2. Das sind so die größten Highlights in diesem Monat gewesen. Aber For Honor, also, ähm, der Hype war echt groß und ging auch echt lange, muss ich zugeben. Ich habe es nicht gespielt, aber dennoch, wenn man alles liest und es mitbekommt, ähm, also ist auf jeden Fall aber auch so vom Feature und insgesamt hier ein coole Spiel, muss man zugeben. Im März gab es, ja, zwei große Spiele, da kann man nicht nur eins nennen, nämlich Ghost Recon, Wildlands und Mass Effect Andromeda. Obwohl bei Mass Effect man ja sagen muss, Erwartungen waren hoch und wurden, so wie ich es gelesen habe, so zum größten Teil nicht ganz erfüllt. Vielleicht war dann doch eher so Ghost Recon Wildlands eher hier im Spiel, das Spiel des Monats von März an Gunsten gab es, äh, Lego Worlds. Ähm, und ich glaube, da gab es dann noch ein Spiel, wenn ich mich nicht irre. Ähm, nein. Ja, kommen wir zum April und hier scheint es so, als ob da jetzt nicht so ein großes Spiel oder so gesehen kam. Ah, doch. Ah, ah, okay, aber das ist auch natürlich so eine persönliche Sache, aber ihr könnt mal überlegen, im April, Mai, was kam da auf meinem Kanal Facecam-mäßig als Projekt richtig Outlast. Outlast kam ja raus und, äh, das ist für mich das Spiel, das Spiel des Aprils, außerdem erschien zum Beispiel Yooka-Laylee, ein 3D-Jump'n'Run aus den späten 90ern. Joa, wem es halt gefällt. Kommen wir zum Mai und, äh, da, das ist so ein bisschen, sag ich mal, der Zentrale oder eben das Oberspiel Prey. Ähm, eben der Shooter, das Shooterspiel, ähm, ist cool, also muss ich echt zugeben, aber ist trotzdem nicht so meins, muss ich auch zugeben, ich bin ja nicht so gerade der. Außerdem gab es Portal Knights, äh, und Trackmaniac 2 Lagoon. Ist hier sonst noch was Interessantes. Ah, Freikakte 13. Ich glaube, da war die Early-Access-Phase zu Ende, wenn ich mich nicht irre. Äh, spielen ja auch noch viele, aber, joa. Juni, ganz klar, klar, geprägt, meiner Meinung nach, von Tekken 7. Tekken 7, also ist ja echt ein großes Spiel, ansonsten nicht so diese großen Namen oder so von meinem Erinnerung her. Ähm, ja. Aber, das war, ja, also Tekken ist echt ein cooles Spiel. Für die, die es mögen, holt euch's. So viel kann ich sagen. Ähm, ja, im Juni kam Sierra Skulls Online, aber auch, äh, die zweite Staffel von den Telltale Adventures, Minecraft Story Mode. Ähm, ist auch ganz cool, muss man zugeben, aber sonst gab es nichts. Im August gab es endlich die Finale und die Vollversion von Ark Survival Evolved, was für mich Data-Spiel des Monats auch ist. Und außerdem gab es zu dem Zeitpunkt, und das an meinem Geburtstag, am 15.8., kam nämlich das Point-and-Click-Spiel Die Säulen der Erde. Was natürlich, ich weiß aber jetzt nicht, worum's da genau geht, aber eben eine Anspielung auf eins der Bücher von Ken Fowlett ist Die Säulen der Erde. Für die, die es vielleicht nicht kennen. Ansonsten nicht so... Ah, doch. Hier, Life is Strange Before the Storm kam, kam genau am letzten Tag des Augustes noch. Im September, geprägt von Fußball, FIFA 18 und natürlich Pro Evolution 18. Für mich aber hier ganz klar, FIFA 18 vorne, ganz klar. Äh, ansonsten, äh, NBA 2K18 kam, ähm, genau so wie... Ah ja, hier, Total War, Warhammer 2. Strategiespiel, und das ist auch cool. Äh, das habe ich angespielt. Im Oktober kamen auch weitere große Spiele raus, mit Forza Motorsport 7, äh, Destiny 2 und Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins auf jeden Fall Spiel des Monats von Oktober. Im November war es dann, muss man ja zugeben, echt, Call of Duty WW2. Obwohl trotzdem andere gute Spiele mit kamen, so wie zum Beispiel Battlered oder eben, äh, hier, Football Manager 2018. Ähm, hatte auf jeden Fall einiges. Und jetzt im Dezember, bislang, ist für mich das Spiel des Monats, äh, die Vollversion, so gesehen von Hello Neighbor. Äh, ist ja... Ja, hier steht jetzt Action, aber ich sag mal, das ist ja so ein bisschen Action, Rätseln und Horror in einem. Schwer, das unter einem einzigen Joe Hood zu packen, aber ist ein cooles Spiel. Aber, auch wenn ich jetzt die Spiele aufgezählt habe, ist für mich das Spiel des Jahres Players Unknowns Battlegrounds. Players Unknowns Battlegrounds, so. Ähm, ist einfach das Spiel des Jahres, ist ein tolles Spiel und, so viel soll gesagt sein, ihr könnt euch im Januar auf neue Folgen von PUBG freuen. Vielleicht Special-Folgen. Wenn ihr Bock habt, schreibt doch Ideen rein. Vielleicht kennt ihr jemanden, der auch irgendwie nach einem coolen Partner sucht bei PUBG. Bin natürlich jetzt nicht der Größte. Oder vielleicht spiele ich einmal mit einem von euch da draußen, wenn ihr mal Bock habt. Und, ähm, ja. Fortnite kam auch. Wurde da jetzt, habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Ähm, die beiden Spiele in der Liste. Aber, wie gesagt, trotzdem kamen große Spiele raus. Für mich das Spiel des Jahres. Aber trotzdem PUBG. Weil, da spielen immer noch viele. Echt auf der ganzen Welt. Auch überall. Ähm, und ist halt einfach nur cool. Nächstes Jahr soll es halt, halt ja auch voll rauskommen. Ähm, jetzt kam ja auch, gibt es neuerdings ja das große Update. Eine zweite Map gibt's. Also, äh, was soll man da noch falsch machen? Muss man zugeben. Ist echt besser als H1Z1. Oder halt auch eben als Fortnite. Fortnite kam ja aber nach PUBG. Ähm, aber so insgesamt einfach vom Prinzip her PUBG awesome. Einfach nur awesome. Schreibt in die Kommentare, was ist euer Spiel des Jahres? Es ist ebenfalls PUBG. Ähm, und wir sehen uns morgen zum vorletzten Video zum Morgen. Kommen wir zur Musik. Und, äh, ja, freut euch drauf. Übermorgen das letzte Video des Monats. Und, ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, und die Glocke daneben betätigen. Nicht vergessen. Und, äh, mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Apfel, Tor. Ciao Fußballfreunde. Und, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und, tschüss. Uh.